Ampelschirme Ampelschirme erobern Gärten und Terrassen im Sturm. Anders als herkömmliche Sonnenschirme befindet sich ihre Haltestange seitlich außerhalb des Schirms, was mehr Platz und Komfort bietet. Mit einer Vielzahl von Modellen auf dem Markt, von Premium bis hin zu preisgünstigen Optionen, kann die Auswahl jedoch überwältigend sein. Wir haben für Sie verschiedene Modelle verglichen und die besten ausgewählt, damit Sie den perfekten Ampelschirm für Ihre Bedürfnisse finden können. Unsere Auswahl umfasst hochwertige Modelle wie den beliebten Schneider Rodos mit seinem stabilen Design und hohem UV-Schutz sowie preisgünstigere Optionen wie den Doppler Sonnenschirm SP-AZ mit großer Spannweite und automatischer Knickfunktion. Wenn Sie auf der Suche nach einem preisgünstigen Ampelschirm sind, lohnt es sich auch bei Discountern wie Lidl oder Online-Shops wie Otto zu schauen. Egal ob Premium oder preisgünstig, mit unserem Vergleich treffen Sie die richtige Wahl. Im Artikel finden Sie wertvolle Tipps und erfahren, wo Geld gespart werden kann.